Ich versteh dich ja, aber er hat sich geändert, wirklich. Und der freut sich mit Cola-Keks. Der hat schon Namenslisten gemacht. Eine für Mädchen, eine für Jungs. Und hat unser Familienauto ausgesucht und, und, und. Oh, so süß. Lena, ihr seid meine besten Freundinnen und ich möchte einfach, dass du dich mit mir freust. Jeder weiß, dass Papa dich fickt. Aber was keiner weiß, ist, ich sehe, es dir gefällt. Es gefällt dir, hm? Danke. Vielen Dank.